Auf jeden Fall, wenn du das benutzen möchtest, musst du deinen aktiven Gegenstand, was du ausgewählt hast, also was du gehalten haben möchtest, auswählen, also zum Beispiel deine Spitzsack oder so, ne, legst du dann auf 3, bei mir ist ja auf 3, wählst du die aus, du musst aber den Schleifstein in deiner Leiste unten haben, zum Beispiel auf 6, da musst du 6 drücken, dann haltest du das Ding, oder beziehungsweise repariert sich, oder, das Feuer-Info. So, ich hab mir jetzt ne Holzfäller-Axt gebaut, und ne Spitz-Axt. Hab ich auch. Da. DU 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 So, weg mit den Scheiß. Zah, zack, zack ... isch ... Alright, are you friends. Ich hab hier nur ein Grün, ey. Genau, Karotten. Karotten. Weihnachtsmann. Ich hab hier einen. Da wollen wir eigentlich nicht mit so vielen Feuerschalen und alles. Sieht schön aus. Oh, keine Ahnung von Deko, ne? Jetzt halt deine Norde. Affel. Oh, die gehen mir auf den Sack, ey. Mann, ich hab kein Brot. Hast du Brot? Das ist voll nervig. Oh, doch nicht. Doch. Ah, 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 ah. Hm. Stop, 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 stop. Was für dich jetzt muss haben. Genau, es wird akkordiert, der Ding loswerden, ne? Wann ich, ne? Wann ich, ne? Wann ich? Ja, zaffel, sich dieses Scheiß-Teil da oben drauf. Tja, unsere Bruchbude nimmt schon mal so langsam vor, Mann, ne? Vormann? Vormapp, let's go. Bedukel, schlafen gehen. Boah, mein Scheiß hat echt mit der Kamera durchfall, ey. Da siehst du ja gar nix. Kann man eigentlich jetzt solche Fenster da bauen? Hast du das hier so dekoriert? Ja. Oh, süß, süß, äh. Ja, ich weiß. Mann, alter, du, doofes. Kannst du bitte aufhören, so rufen sollen. Dankeschön. Nee, ey. Der braucht hinner Schu... Der braucht ein Eisen. Dann besor ich was. Bei Aldi. Bei Aldi hat er schon zu. Sicher? Ja. Yeah. Ne? Ah, ist schon warm heute. Hallo? Ich finde, da machen wir hier so'n kleinen... Ähm... Ne, so'n kleinen... Steinweg? Stein, nicht Holz? Nee, nee. Draußen noch nicht, da kommt so schöne... Ja, genau. Ich kann so'n kleinen Zäunchen hinstellen. Hier so rum, ne? Ach, sieht das jähn aus! Ich guck... Oh, bitte so. Ja, ne? Scheiß auf's Haus. Ich spiel ein, ey. Oh, da zieht cool... Was hat'n für'n Boden? Ja, ist'n Steinboden. Du nehmann schon ein Steinziegel. Steinziegel. Echt? Weil er sieht voll cool aus, ne? Ja. Ach, ich denk' mir, da ist hier ne unbearbeitete... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Wir brauchen noch ne Tür. Zwei Stück. Fertudos. Mhhh. Alles klar, Woli noch. Ja. Also ich muss sagen, also unsere Bühne... Sieht gut aus, ne? Ja. Kannst du zwei Türen machen? Lustig, ne? Ich kann mal eine Tür machen. Sorry. Oh. Da. Oh. Oh, macht das Spaß. Ja, ne? Oh. Alter, du blöde... Ja, sehr schön. Alter, ey. Ich guck nach vorne und der Bot hat hinter mir ab. Unglaublich, ey. Du machst auch nur Scheiße, ne? Yep. Oh. 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 Mit putzen vor und damal에는 knacken Und ich kann da haben... äh, meine eigene Rüstung da bauen kann Du bist da bestimmt schon deine höchsten Ausrüstung da, ne? Ja, ja, die hab ich voll Was für er Boah, hast du noch Schuppen oder was? Ja, ja, sehr wahrscheinlich Also, ich hab noch zwei Schuppen da drin Ey, da hast du Löcher gemacht, äh Ja, auch schon mal So, ne, kann... Hm... Fliegender Busch Das ist ja auch weg, oder was? Ne, ist ja Ne, ne, das ist extra, da machen wir einen Zaun dran Aber wir können ja hier den Weg wegmachen Was? Ist ja dann bis zur Kante dann, ist ja das ja Ne, ich hab das ja extra gemacht Ah, das sieht jetzt aber ein bisschen kacke aus, ne? Das gefällt mir aber nicht Dann, äh, hast du Pech Ein Typ drin Aber das ist echt durchfall, ey, da bist du was am Bauen Hast da ne Brüder, die brechen da einfach ein Das geht aber nicht so Echt, ey Echt, ey Meuterei Plus Ich würd's besser finden, wenn hier echt weggemacht wird Also hier meinst du hier eins und dann hier das, ne? Weil ich würde hier auf jeden Fall einen Zaun dran machen, weil du fliegst ja da runter Ja, komm wir ja trotzdem Dann mach halt hier Dann mach halt hier Was weiß ich hier das da Ein, ein, äh, Klotz Ding ins Weg halt Nur eins? Ja, ja, dann müssen wir hier die Zäune hier drum verstellen können Ach, scheiße, ey Ach ne, ich kann ja direkt so machen Warte mal, ich guck mal, ob ich da einen Zaun dran machen kann Höh tu da Höh So, da freu ich denk' ich mal auch Aber irgendwann noch so'n Feuertding So Ach, aber ich brauch Da sind eigentlich die ganzen Schleifsteine hin Ich hab' ich genommen gerade Ich brauch' auch Bis vor der Egoiste, ey Aber kann man auch nicht aufteilen, ne? Oh, ich muss erst mal kurz dort gucken Okay Ich brauch' Handschuhe Und die Mütze Oh Ja Und die Mütze Ja Ja Hurra Ja 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 Ich will voll dem Motivieren, okay Ey sie hat die Robinhut Mit Spitzachsenhand was aller ab als der stein was ist das denn so aber hier dachziegel jetzt mal hier normale steine holz ah okay sagen und jetzt benutze ich dann einfach drauf und dann die taste wo das belegt ist wo man kann man nicht darauf ich bin ehrlich ne lasst du die ganzen sachen die wir hier haben alle wegschmeißen deswegen die karotten halte ich doch ganz diesen ganz rechts und die samen dafür für die getränke so weit wird die auch nicht mehr brauchen ich weiß wir die auch weg alles unnötig platz verschwindung ja so ich bin jetzt eigentlich fertig also wir können von mir ist los nein ich wusste nicht scherzen okay bubana